Hallo und Willkommen zum nächsten Part von Mario Kart. Und wir spielen mit Smiley weiter und warum ich jetzt hier bin, könnte daran liegen, dass wir was freigespielt haben, nämlich wir sind alle Kurse gefahren und Toadette haben wir. Okay! Yeah! Und es geht ja noch weiter. Baby Luigi, weil wir acht Spitzengeister geschafft haben. Baby Luigi! Dann Birdo, weil wir 16 Strecken gefahren sind. Dann Funky Kong, weil wir vier Spitzengeister geschafft haben. Dann dieses Mobil, weil wir einen geschafft haben. Dann dieses Mobil, weil wir auf acht verschiedenen Kursen gefahren sind. Dann dieses Mobil, weil wir zwölf verschiedene Spitzengeister besiegt haben. Und das war's. Ja, es heißt aber noch, dass wir noch ein paar andere Sachen freispielen. Die kommen aber dann erst in späteren Parts, weil ich halt dafür noch zu schlecht war und das einfach zu leicht genommen hab. Also weiter geht's. So, ab jetzt, ab heute werden auch, äh, so ein paar Parts mehr an den Tagen laufen. Denk ich. Wir spielen weiter mit Luigi Time! Und mit seinem Mobil. Yeah! Wir fahren jetzt 150. Das heißt, es könnte sein, dass wir manchmal, äh, die Dinger nochmal fahren müssen. Weil ich dann nur den A-Rang hinkriege. Aber so ist das halt. Also, vier neue Fahrer, viele neue Charaktere, äh, Fahrzeuge, Charaktere, habe ich ja schon gesagt. Aber egal. So, los geht's. Wir starten vom zwölften Platz mal wieder. Sogar ist das Bike ausgewählt, obwohl ich mit dem Bike nicht zoomen kann, aber... Letzten Tage habe ich öfter mit dem Bike gespielt. Ach, Mann! Haha, gerade jetzt. Egal. Das könnte also jetzt ein bisschen spannender werden, als jetzt die alten Fahrten. Also, die könnten auch genauso öde sein. Wer weiß. Wow! 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 Und wir haben ihn gekriegt, das meinte ich mit dem Spannende, das kann jetzt wirklich viel spannender werden, doch, weil der 150er Cup wirklich auch schwer ist, was nicht heißen will, dass ich jetzt schlecht bin, aber andere schaffen das bestimmt, viel besser als ich immer. Pfff, holz. Die Kühe, der Kuh, muh, weiter. Ja, mit einer schönen Kuh. Okay, ein bisschen anders laufen können. Ja. Ich muss unbedingt noch lernen hier, die Sitte da zu fahren. So, wir kürzen mal ab. Ja, so. Ja, so schnell, dass wir den abkürzen. Zum Zeitfahren, falls ihr das im letzten Park gesehen habt, unten steht manchmal etwas. Und das heißt, ab dem Zeitpunkt haben wir die Entwickler-Guide Sierra besiegt. Immer. Und, äh, für, äh, Mi Outfit B müssen wir alle besiegen. Klingt einfacher als es ist. Das wäre nur, als wir noch vielleicht im Laufe des ganzen Spiels erleben. Wir tun doch vielleicht. Ja, das war klar. Das müssen wir auch halten. Nein! 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 Yeah! Didi gewinnt. Ach du Schande. Egal. Egal, 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 egal. Wir hätten das Rennen gewonnen, wären wir nicht auf die Bananen am letzten. wir müssen ja Gott sei Dank immer die Rennen gewinnen müssen einfach nur noch ordentlich fahren so also Didi hat uns an der Ziellinie überholt ich will den nicht wieder haben ja war klar war klar war sowas von klar so was schon was von Mann ja hätte ich noch ein bisschen später haben können ich habe noch ein bisschen mehr glaube ich gebracht sondern na egal ob ich das Titel wieder mal so unnütz verliere so nein nein ihr seid doch schreien wie ja Was ist das? Nein! Nein! Immer wieder! Immer wieder! Aber Baby durchgehend Letzter noch einmal Erster Respekt! Respekt dafür! Also selbst wenn ich jetzt den A-Rang nicht schaffe, also DAS verdient Respekt! Mann, Mann, Mann! Nein, das ist doch wohl... Das ist doch wohl Kacke! Deswegen habe ich gemeint, dass es von Mario Kart wahrscheinlich zwei Teile pro Tag gibt, weil es einfach wegen der Zeit jetzt nicht so hinkommt und ich ja auch dann noch im Urlaub bin. Ja, meine Sommerpause endet mit dem Urlaub. Was denn überhaupt gar kein Video gibt erstmal? Ja, 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 genau, genau, und ja, da warst du mal Erster und wirst getroffen uns das Ärzte. Wer erkennt das Gefühl nicht? Ja, also echt, ich kann das kaum, kaum schlimmer treffen. Das ist echt schlimm! Und tschüss ins Wasser! Hull dich das Feld auf und dann sowas! Ja! Wer hätte das ahnen können? Oh Mann, ey So, also wenn ich das Ding jetzt noch gewinne Echt Dann müsste ich wirklich mindestens den Preis kriegen Mit Abstand letzter Nein, ich brauche ihn Nein, ich brauche ihn Gewonnen Mit Abstand letzter gewesen und trotzdem gewonnen Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn Wahnsinn Ich kann es nochmal sagen Wahnsinn Oh, cool Okay, gucken wir mal, ob wir das jetzt geschafft haben Ah, ich wollte es vorspannen Und Und B B B B Naja Was soll's Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder Also bis dann Ciao 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 Ciao